Servus, da ist euer Exxue, ich hab mir jetzt mein absolutes Wunschhaus dir zusammengestellt, sicherheitstechnisch. SGKSS Ultra, absolute Viech. Dazu brauchst du einen Geppert, den kannst du dir irgendwo holen in der Zoohandlung oder was, oder läuft ja überall rum. Wunderschön, sauschnell, aber ein bisschen anfällig. Auch oben oder von der Seite, da muss man ein wenig aufpassen, wir müssen mal ein wenig Panzern, hab ich mir gedacht. Deshalb hauen wir den da oben auf dem Buckel ein Krokodil drauf. Das macht man mit einem Gürtel fest und dann passt das, ein gebanzerter Geppert. Leichten Überhang am Kopf, ein wenig der Kopf geschützt und so. Einmal frei. Dann, wenn ein Gehchener kommt, hätte ich mir aber gern vorgestellt, dass das so abläuft, weil Freier bei den Rittern mit ihren Lanzen. Deshalb hab ich mir gedacht, bauen wir der Oma nur einen Schwertfisch drauf. Schaut auch erstens einmal edel aus und zweitens hätten wir nach vorne einfach das Schwert. Das ist eine einfach geile Geschichte. In der Konstellation ist es aber allerdings ein wenig schwierig, wahrscheinlich sich umzudrehen. Schnell und wendig. Deshalb brauchst du irgendwas, was hinten aufpasst, falls du von hinten angegriffen wirst. Also hab ich da Oma einen Strauß draufgepackt, der hinten die Lage abcheckt. Und so ist das einfach ein wunderbares Geschichtler. Das ist eine absolute animalische Waffe. Ich hätte es jetzt nur getauft, Gehgroß-Schwarzstrauß oder kurz GKSS-Ultra. Also ich bin Fan. Da ging es in die Bremer Stadtmusik an einer Scheißdreck, oder?